Das schaffen wir nicht! Doch! Auverschissene Scheiße! Ist das draufgegangen? Warte, ich muss eine Dämonie holen! Geht nicht, Scheiße! Das hat uns noch gefüllt! Nein! Sorry, Claude, ich konnte das nicht! Ich brauche gerade keine Dämonie mehr! Kann ich nicht ablegen oder so? Nein, ne? Ah, Shit, Alter! Doch unbedingt die Dämonie! Ja, gut! Weiter kann es gehen, Leute! Los! Ja! Ja, ey! Ey, stark! Oh, Mist! Oh, nein! Ich komme ja! Aber ey, ist schwer! Kann nicht laufen! Ich muss mal hier aufsammeln! Vorsicht! Elinda! Wie wärs, wenn wir rückend Deckung kriegen? Oh, dammit! Oh, das ist okay! Oh, da habe ich... Ich habe ihn, ich habe ihn! Ah, ich dachte schon! Oh, Scheiße! Schnell auf Seite! Schnell auf Seite! Auf Seite! Los! Los! Keine gute Idee! Weiter zu schießen! So! Los! Gib mir Rückendeckung, Elena! Das gibt's doch nicht! Oh, nein! Ach, leck mich! Elena, los! Gib uns Rückendeckung, wenn wir hochgehen! Los! Los! Die Treppe auf! Hier! Schnell! Tempo! Ja, ich kann nicht! Ja, leider! Komm doch rein! Das ist Wahnsinn! Ellen, da kommst du! Ich könnte fast meinen, wir wären Freunde, was? Haha! Kein, kein guter Zeitpunkt! Gewitz! Oh! Keine Sorge, wir schaffen's! Auf einmal! Nein, auf keinen Fall! Wir haben keine Wahl! Komm, Jeff! Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter! Wir können ihn hier nicht sterben lassen! Er ist schon so gut wie tot, und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen! Dann geht! Ja! Niemand hält dich auf! Chloe! Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot! Chloe? Was soll das? Sorry! Waffen runter! Auf der Stelle! Bringt sie raus! Sie ist verletzt! Bringt sie zum Zug! Mann! Du kannst es einfach nicht lassen! Dann sind wir jetzt wohl quitt! Nicht ganz! Nice! Hässlichkeit hier wieder! Hallo Hässlichkeit! So... Das ist also... dieser Drake! Scheiße! Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade! Nein! Nein! Dieser Hurensohn! Sag dir mir, was habt ihr gefunden in Tempel? Die Antwort, nach der du suchst! Okay! Ich weiß, wo der Stein ist! Aber du findest ihn nicht! Ohne mich! Also... Lass sie gehen! Dann führe ich dich zu ihm! Nein! Ah... Mein Schatten! Du bist die Reporterin, die mich verfolgt! Du solltest beten, dass er nicht blufft! Versuch ihn! Na komm! Schworte! Naja... Das ist Superman! Hier! Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake! Zurück zum Sammelplatz! Wir brechen gleich auf! Du! Kommst mit mir! Du! Kümmer dich um sie! Kein Problem! Und du arbeitest für das Monster! Ist besser als gegen ihn! Das war's dann wohl! Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf! Ich sag, steh auf! Lauf! Schnapp dich! Blitzmerker! Yeah! Lauf! Schlange! Lauf! Das heißt Slow Forest! Go! Oh! Du kannst nicht! Wir sind ganz schön hart und tot gleich! Oh scheiße! Oh! 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 Mein Mann ist 100 Prozent! Halt dich, Eleanor! cientist! com! Michael! Was Die kriegen uns noch! Komm auf die Seite! Du Miku, die kriegen uns noch und du bist im Schussfeuer, Mongo. Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, Winkens prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schranken. Wie immer. Okay. Oh Mist. Ich glaub sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja... Das ist alles hier. Wir wussten was auf uns zukommt. Okay, also... Was machen wir jetzt? Ich gehe hier nach. Hm. Das war ja klar. Typisch. Hier nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Über dem Wasserturm dort. Nein. Sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazariewicz merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja. Das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich. Ich bin ein blassen Schimmers. Oder doch nicht. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate. Hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Okay, lass dir doch von der helfen. Die kann... Scheiße. Was sollen wir machen jetzt? Gut. Jetzt haben wir noch eine Chance. Sterven. Sterven kann ich ja gut. Gut. Ich brauche eine Waffe. Tot. Gut. Eine Waffe habe ich nicht. Ich habe nur eine Granate gefunden. Ah, da ist die Waffe also. Gut, ähm, da ist einer. Hm. Habe ich. Irgendwas gefunden. Hier ist nichts. Hm. Ich könnte jetzt Double Kill machen. Aber nein, ich verzichte lieber drauf und sterfe noch ein bisschen. hier drüben. Ach, leck mich. Oh nein, falsch. Falsch, 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 falsch. Dann sterfe ich halt nicht. Du verlierst! Nein! Gut, dann sterfen wir. Ich versuche jetzt zu sterfen die ganze Zeit. Was? Ausfammen! Uh! Boah, wie man es gehört hat, jetzt, wie es es gescheitert hat. Uh! Das ist, wie keiner hat es gemerkt, ja. Vorsichtig bin ich immer, ja. Kommt der noch hoch, oder? Da, die Leiter können wir doch hoch. Ja, die kriegst du ja. Gut, jetzt werden wir hier unterspringen und versuchen, dass uns keiner sieht.